Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast zu Update. Update liefert dir kompakte Infos zu aktuellen Trends aus der Welt der Technik. Dieses Mal unter anderem der virtuelle Flohmarkt. Feilschen und Verkaufen mit einer Smartphone-App. Die Möglichkeiten des Internets, wie mit Hilfe des Webs, Kriminalfälle und vieles mehr aufgedeckt werden können. Und Camp for Girls. In einem Ferienlager entwickeln Mädchen Ideen für neue Apps. Danke, dass du auch dieses Mal wieder eingeschaltet hast. Und hol dir auch nächste Woche wieder deine Dosis-Update.